Hi und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich dachte, ich mache jetzt ab und zu mal ein paar Videos, wo ich über Themen rede, die mich gerade so beschäftigen und zu denen ich gerne einfach meinen Senf loswerden möchte. Und heute, bei meinem allerersten Vlog, geht es um das Thema Feinstaubalarm in Stuttgart. Was es damit auf sich hat und warum ich nicht verstehen kann, warum sich eigentlich alle so drüber aufregen. So ein Feinstaubalarm wird immer ausgerufen, wenn die Feinstaubbelastung in der Luft über einen bestimmten Wert steigt. Genau dann sollen Leute nämlich auf ihr Auto verzichten und eher auf Bus und Bahn umsteigen und auch Leute mit besonderen Kaminöfen diese nicht mehr anmachen. Das Ganze dient natürlich dazu, unsere Luft besser zu machen und die Belastung in Stuttgart einfach gering zu halten, da Feinstaub natürlich ungesund ist und auch bei der Umwelt großen Schaden anrichtet. In ganz Stuttgart hat man dann so Schilder gesehen und da war das dann auf so digitalen Anzeigen und da stand einfach dran, bitte steigen Sie ab Montag auf Busse, Bahnen und S-Bahnen und so weiter um. Und schon im Vorhinein gab es darüber große Diskussionen und viele Leute haben sich darüber beschwert und fanden es nicht gut, dass sie auf ihr Auto verzichten sollen, wenn die Feinstaubbelastung zu hoch ist. Und seit das Ganze am Montag jetzt in Kraft getreten ist, überschlägt sich Facebook in irgendwelchen Postings und Kommentaren unter Artikeln darüber, wie schlimm das Ganze doch wäre und dass man ja nicht auf sein Auto verzichten sollte. Und es scheint so, als würden die meisten nicht begreifen, dass das Ganze eigentlich nur dafür gedacht ist, uns selber zu schützen. Und natürlich auch die Umwelt, die aber wiederum unser Lebensraum ist. Zunächst einmal ist in Stuttgart Autofahren eh die Hölle. Also direkt mitten in Stuttgart ist alles voll, es sind immer Ampeln, es staut sich immer. Und außer nachts irgendwie mal durch die Stadt fahren, lohnt es sich eigentlich überhaupt nicht, mit dem Auto in die Stadt zu kommen, weil es mit der Bahn immer schneller geht. Viele sind natürlich auch auf das Auto angewiesen, wenn sie durch Stuttgart durch müssen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Trotzdem gibt es jetzt ganz viele Leute, die das Gefühl haben, ihnen wird hier ihre Freiheit in größte Maße eingeschränkt und sie werden ihrer Freizügigkeit beraubt. Und ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, weil das Ganze ja wirklich einen Hintergrund hat. Und ich finde es ziemlich schade, dass viele Leute da einfach irgendwie nicht weiterdenken oder einfach auch zu egoistisch sind. Natürlich gibt es viele Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind und weiterfahren müssen und so, aber das heißt ja nicht, dass man nicht Kompromisse machen kann. Wenn man zum Beispiel außerhalb wohnt und einen weiten Weg an einem zum Bahnhof schon hat, dann könnte man ja auch einfach mit seinem Auto zum Bahnhof fahren und dann die Öffentlichen nehmen. Natürlich weiß ich als S-Bahn-Fahrer natürlich auch, dass der Nahverkehr in Stuttgart nicht gerade der beste ist, vor allem was die S-Bahn angeht, weil die immer wieder zu spät kommen oder gar nicht kommen und das ungefähr jeden Tag. Aber abgesehen davon, ob die Leute jetzt wirklich auf irgendwas anderes umsteigen können oder nicht, finde ich einfach diese Mentalität total krass. Die Leute tun irgendwie, als ob ihnen so ihr liebstes Spielzeug weggenommen worden wäre und ich habe auch Kommentare gelesen von wegen, ja, Stuttgart ist einfach eine Autostadt und hier werden Autos produziert und hier sollen auch Autos gefahren werden und dann wurde natürlich noch darüber abgekackt, dass es ja alles an der bösen rot-grünen Landesregierung liegt und dass es ja klar war, dass die grünen Ökos jetzt hier wieder irgendeinen Mist machen mit ihren neuen Gesetzen und Umwelt und hier, ja, ich meine, Klimaerwärmung ist ja sowieso auch nur eine Lüge und ja, unserer Umwelt geht ja nicht super. Ich fände es einfach schön, wenn Leute ein bisschen offener wären und irgendwie verständnisvoller gegenüber dem, was sie in ihrem Handeln irgendwie auswirken. Einfach reflektierter denken. Mir ist bewusst, dass nicht jeder umsteigen kann und das Autofahren schon meistens bequemer ist. Aber diese grundsätzliche Abwehrhaltung so, was, nein, mein Auto, mein Auto, da verzichte ich nicht drauf und ich darf fahren und ich fahre überall hin. Irgendwie geht es ja auch dabei um uns selber. Also ich habe keinen Bock, total verpestete Luft zu atmen und meine Fenster nachts nicht mehr aufmachen zu können, weil es vor meiner Straße einfach voll den Smog hat. Ich glaube, uns geht es einfach noch zu gut, um dass die Leute realisieren, dass es bestimmte Dinge gibt, die man einfach vermeiden sollte, um sich selber zu schützen. Wir können froh sein, dass wir nicht in einem Land oder in einer Stadt leben, in der der Smog schon so stark ist, dass man nur noch mit Mundschutz rumlaufen kann und nichts mehr sieht. Ich fahre auch gern Auto. Klar, Autofahren ist bequem und wenn man nicht gerade durch die Stadt muss, auch oft schneller. Aber Stuttgart ist eigentlich schon echt gut vernetzt und irgendwie finde ich es immer schade, wenn man dann so den wütenden Schwaben sieht, der auf Facebook sein Hab und Gut verteidigt und nicht auf sein Auto verzichten will, weil das ist ein gutes Recht. Und ich bin gespannt, was nach dem Feinstaubalarm rauskommt, ob wirklich genügend Leute darauf verzichtet haben und inwiefern das Ganze Einsparungen gebracht hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet und ob ihr euch vielleicht auch Sorgen macht, ein bisschen um eure Umwelt. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn ihr darüber Rückmeldungen da lasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!